ja hallo und herzlich willkommen bis gerade noch einmal geupgradet in der letzten folge hier vor allem das wortel schön flug haben die station hier haben große rampe hier warte ich noch mal auf diesen propeller service hinter können wir gehen noch hier vorne mit rein genau dass wir hier alles gut versorgt bekommen und einfach mal nämlich hier noch mal gegenüber was das wird ja dann abgerissen werden alles und wenn man da noch so eine zweite und hund von da bedienen ich glaube das ist schon ganz okay so ist der plan wir sprühen bis zur mitternacht also auf einem sprit kommt ganz zweimal jetzt bestellt das ausgegeben hier gebäude 39.000 das ist halt das teure jetzt hier kommt auf jeden fall schon was und cargo da kommt auch das erste sprit so 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 da kommen die ersten flieger sind schon andere beträge jetzt so da war die 1940er menschen gemachte vögel nehmen sich ihren platz in der sonne moderne flugzeuge sehen nicht mehr wie zerstrechlichen strukturen aus die ihren ersten flug machten der transport durch die himmel wird so vertraut wie dampfschiff und dampflokomotiven riesige pierpropeller airlines steigen in den himmel sie haben viel zu bieten sogar für anspruchsvolles publikum vorausgesetzt natürlich sie sind bereit den lärm der propeller motoren zu ertragen zukünftige ermerkmale propeller flugzeuge aller typen und größen viel post und frachtflüge viele passagierflüge große vier motorigen linien interkontinentalflüge sehr schön das nehmen wir dann auch mal mit so ein bisschen das haben wir jetzt hier auch neue verträge da komme ich gleich mal rein weil auch hier wird ja auch einiges jetzt verschwinden sieben tausend wo haben wir denn so viel verlust gemacht haben wir bei wenig sprit oder aber es ratert wieder rein wir sind im grün und glas kommen jetzt auch gerade da hinten landen nicht mehr so viele sollten wir dann auch mit bedenken jetzt ist wieder alles frei Das ist eher zur Not, dass wir hier mal große landen lassen können. Oh hier, der ist halt gut. Der ist auch gut, ne? Der hat hier keine Wasserleitung. Das ist gut, dass wir da hinten noch mit Geld verdienen können. Jetzt auch ein Passagiersflugster kommt, dann ärgere ich mich. So, was haben wir jetzt? Was haben wir denn? Was haben wir denn? Was haben wir denn jetzt? Das war die Propeller-Dings, ne? Jetzt machen wir auf jeden Fall das hier. Damit wir dann die Rampen haben für... Ach Gott, der fährt weg, das ist gut. Aber wenigstens Sprit. Ich weiß es nicht mehr. Ein Eins, ne? Da müssen größere Tanks bauen. Nächste Forschung ist größere Tanks. Die sind ja hinten dran. Wann haben wir denn das? Wir sind da hinten dran. Treibstoff soll ich noch reißen, ok, kommt gleich Treibstoff da. Treibstoff soll ich noch reißen, ok, kommt gleich noch reißen, ok, kommt gleich noch reißen. Den können wir hier annehmen, wegen der Wasserleitung. Ah, den können wir wieder annehmen. Wir können das nochmal hier landen. Läuft eigentlich ganz gut. Aber wir werden jetzt nochmal umbauen hier. Weil wir jetzt auch viel Sprit wieder eingekauft haben. Das geht ja jetzt auch raus. Nehmen wir den hier hin. 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 Ja, jetzt sieht es ganz gut aus. Jetzt kommt auch kein Sprit mehr. Jetzt kommt nur noch Geld. Wir sind schon in den Abendstunden. Ah, hier unten kommen nicht mehr so viel. Nehmen wir mal 23.000. Boah, schon muss aber jetzt. Ah genau, die Dinger sind jetzt fertig. Das ist gut. Das heißt hier bei Flugzeug sind wir schon ganz gut. Das wollte ich eigentlich noch. Treibstoffverlagerung. Dann nehmen wir das kommen. Dann umgehen wir das da hinten. Dann machen wir das noch. Und dann elektrische Pumpen, das sich schneller einladen. Da wird es nicht mehr heute gemacht werden. Also die Forschung. Auch eine Weile, ne? Ja, 156 ist eine Weile. Ja. Gucken, ob wir heute diesen Ram Service bauen können. Auch umbauen. Dann gehen wir nochmal hier hin. Okay, ist okay. Halbstoff wissen wir. Und auch die letzten Züge jetzt, ne? Oder der letzten Flugzeug jetzt. In den letzten Zügen so. Jetzt gucken wir mal. Also das würde ich gerne umbauen. Wenn wir das hier einmal raus. Und upgraden Richtung. Ist das jetzt das Peler Ding? Ne, ne? Eigentlich nicht, aber eigentlich ist das Peler Ding das hier, ne? Ja. Dann machen wir das mal so. So machen wir es besser, glaube ich. So machen wir es besser, glaube ich. So machen wir es besser. Okay. Okay. Das heißt, wir können jetzt die hier rüber machen. Dann machen wir das nämlich weg. Und die Frage, kriegen wir das denn jetzt hier rüber? Ne? Leider nicht. Kurze Frage, habe ich hier eigentlich einen Pumper und das ist? Ja, der macht gar nichts, ne? Ne? Er muss doch für die zuständig sein. Können wir hier noch welche rein? Dann können wir nicht noch zwei hier rüber. Den aus und weg. Aus und weg. Irgendwie hier dran. Über den hoffentlich rüber. Über den dann da ran. Ja, vielleicht aber. Ähm. Ich komme mal hier oben dran. Wie hier sagen. Das gehen dann auch so nahe, aber. Können wir trotzdem noch machen. So zack. Machen wir zack. 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 Müssen wir jetzt gucken, dass wir das hier irgendwie. Einmal. Wie viel geht haben wir noch? 24. Okay. Okay. Können wir jetzt einmal kurz das hier wieder löschen. Ich weiß nicht wie das tut. Das geht. Eins. Das hier. Das geht. Eins. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Da. Das hier. Da kann man nicht da oben die links machen. Das so klappt, wie es mir vorstellt. Lass mal hier hin, dann hier und dann da. Es kann leider, dass die da noch drüber müssen. Lass mal so. Okay. Wir holen hier nicht bereits Gepäck. Also hier noch. Es soll auch gar kein, eigentlich kein Gepäck. Aber die können ja hier, die können beides bekommen, oder? Noch erst mal etwas kaufen. Ich denke, das ist okay. Noch da. Und so Förderbänder, um Cargo auszuladen. Hier oben wird dann eher Cargo werden. So. Dann. Genau. Wie ist das da? Das Cargo-Ding. So, dann mal um. Ich bin nicht gerne hier dran erstmal. Ich gehe erstmal hier so hin. Dann. Und jetzt komm mal, dass wir hier auch noch verknüpfen, mit denen da es gekonpt werden können. Und hier ... Das sind 3, 6 ... Genau, dass die auch hier abrunden sind. Das brauchen die ja nicht. Die sind verbunden, die sind auch verbunden. Das sind 2 Ausnahmedinge. Und die können wir hier auf Flugplan machen. Ach, das sind nicht alle auf Flugplan. Guck mal, so. Das ist dann hier die ... Erstens mal 30. 30. 31. 31. 31. 32. 34. 34. 34. Okay. Und die 35. 33. 31. 33. 34. 35. 30 35. 39. 41. 45. 41. 42. Mal kurz gucken wir landen hier denn überhaupt noch welche, also hier oben nicht. So, dann machen die alle auf. Ob da noch viele kommen, wenn dann nicht mehr viele kommen, dann kann man es ausmachen. So hier, das geht noch nicht, das heißt das müssen wir noch lassen, okay. Ist auch nur noch einmal alles, aber jetzt müssen wir mal gucken, dass wir neue Verträge bekommen. So. Hier haben wir nichts, hier kann man neu verhandeln, wollen wir aber eigentlich auch nicht. Ohrschau, ne das lohnt sich nicht, da schreiben so kleine Dinge, wenn man nicht annehmen, ok. Das machen wir eben hier. So, dann schauen wir mal. So, dann schauen wir mal. Der Fokus ist auf die aktuelle Stufe bis zu erreichen. Okay. 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 So, dann schauen wir mal. Das sieht gut aus. Da sind wir mal. Ich könnte mal annehmen, aber die sind halt sehr. Lass uns erstmal die anderen gucken, die eh so alle gleich so klein sind. Hier haben wir der Karo Vorschau. Hier haben wir eigentlich noch nichts angenommen. Ich will irgendwas mal planen. Hier ist nichts. mal gucken, wie ich komme auf die neue super diese Planung, aber ich kann ja keine neuen Planungen, die mir keiner anbieten die können wir unterschreiben auf jeden Fall, nehmen wir die mal an die kann man hier unterschreiben, mal in einer Stunde, mal gucken ok jetzt haben wir hier die 30, 31 genau wenn wir am Folgetag ankommen, ist es richtig dann haben wir die erstmal geplant hier nochmal unterschreiben ok die kann man nicht, ok, noch mal die erstmal jetzt noch eine neue kann man nicht, ne doch hier dann einmal hier einsortieren jetzt dann geht der hinten auf 4, aber den muss er nicht wo war der jetzt, wo war der Hier kann man auch unterschreiben. So, jetzt probieren wir eben die Frage, woher wir jetzt hier? Da habe ich hier noch etwas variiert, aber auf jeden Fall neue angenommen. Und schauen wir uns das beim nächsten Mal an, würde ich sagen. Ich hoffe euch hat es gefallen. Noch mal neue. Noch mal neue. Das können wir nicht und das können wir nicht. Ansonsten haben wir nur noch die jetzt, die wir haben. Ah, hier kann man in die nächste Stufe gehen. Und unterschreiben. Dann haben wir nämlich hier schon wieder mehr. Hier auch. Oh, da fällt noch einer. Das waren die zwei im Deck. Die können wir nicht annehmen, oder? Hier. RPO. Die müssen wir jetzt erstmal wieder einplanen. Das ist 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 einplanen. Und jetzt hier noch die zwei, zack, eins und zwei, dann haben wir die, ja gefällt mir schon mal, dann haben wir die vier Slots auch, bestätigen, ich freue mich, wir sehen uns in der nächsten Folge, ich freue mich sehr, ich hoffe ich vergesse es nicht, weil ich nehme es erstmal, weil nicht auf und bis dahin, tschüss, eine Weile sind zwei Tage, ich wundere.